Herzlich willkommen beim heutigen Video. Die Epigenetik befasst sich mit Veränderungen in der Aktivität unserer Gene, die nicht durch Veränderungen in der DNA-Sequenz selbst verursacht werden. Diese Veränderungen können durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, einschließlich unserer Ernährung. Es ist mittlerweile wissenschaftlich bekannt, dass die Ernährung einen großen Einfluss auf die Epigenetik haben kann. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Regulation der Epigenetik. Bestimmte Nährstoffe und Verbindungen in unserer Nahrung können die Aktivität unserer Gene beeinflussen, indem sie bestimmte chemische Markierungen an der DNA oder den Proteinen, die sie umgeben, anbringen oder entfernen. Diese Markierungen können die Genexpression beeinflussen, also ob ein bestimmtes Gen aktiviert oder deaktiviert wird. Durch gesunde Ernährung können wir dem Körper die notwendigen Nährstoffe zuführen, um verschiedene biochemische Prozesse zu unterstützen. Einige dieser Nährstoffe, wie zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe und Phytochemikalien, können als sogenannte epigenetische Modifikatoren fungieren. Das bedeutet, dass sie die Aktivität bestimmter Gene beeinflussen können, indem sie an die DNA oder an Proteine, die mit der DNA interagieren, binden. Eine gesunde Ernährung kann somit dazu beitragen, die Epigenetik positiv zu beeinflussen. Zum Beispiel sind verschiedene Nährstoffe wie Folsäure, Vitamin B12, Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren und Antioxidantien bekannt dafür, epigenetische Veränderungen zu fördern, die mit einem gesunden Stoffwechsel, der Zellreparatur und dem Schutz vor Krankheiten in Verbindung stehen. Darüber hinaus können bestimmte Lebensmittel auch die Aktivität von Genen beeinflussen, die zum Beispiel mit entzündlichen Stoffwechselprozessen oder dem Immunsystem zusammenhängen. Es ist wichtig anzumerken, dass die Epigenetik und die Auswirkungen der Ernährung auf die Genexpression ein komplexes Forschungsgebiet sind und auf dem Gebiet noch viel erforscht werden muss. Dennoch zeigt die bisherige Forschung, dass unsere Ernährung einen Einfluss auf unsere Epigenetik haben kann und somit auch auf unsere Gesundheit und Krankheitsanfälligkeit. Hier sind einige Tipps, wie Sie Ihre Ernährung ändern können, um die Epigenetik positiv zu beeinflussen. Tipp 1. Konzentrieren Sie sich auf eine ausgewogene Ernährung, die reich an Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und magerem Protein ist. Diese Lebensmittel enthalten viele wichtige Nährstoffe, die für die epigenetische Regulation wichtig sind. Tipp Nummer 2. Achten Sie auf ausreichende Zufuhr von Folsäure, Vitamin B12 und Vitamin D. Diese Nährstoffe sind bekannt dafür, epigenetische Veränderungen zu fördern. Sie finden sie in Lebensmitteln wie beispielsweise grünem Blattgemüse, Hülsenfrüchten, Eiern oder Fisch. Tipp 3. Integrieren Sie Omega-3-Fettsäuren in Ihre Ernährung. Diese gesunden Fette finden Sie zum Beispiel in Algenöl, Fisch, Leinsamen, Kiasamen und Walnüssen. Tipp Nummer 4. Reduzieren Sie den Konsum von zuckerhaltigen Lebensmitteln und gesättigten Fetten. Diese können entzündliche Prozesse im Körper fördern und die epigenetische Regulation negativ beeinflussen. Tipp Nummer 5. Vermeiden Sie übermäßigen Alkoholkonsum und Rauchen. Beides kann die epigenetische Regulation stören und das Risiko für verschiedene Krankheiten erhöhen. Tipp Nummer 6. Achten Sie auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, vorzugsweise in Form von stillem Wasser, frisch gepressten Frucht- oder Gemüsesäften oder ungesüßtem Tee. Tipp 7. Konsumieren Sie vorzugsweise biologische Erzeugnisse. Diese werden ohne den Einsatz von synthetischen Pestiziden, chemischen Düngemitteln und gentechnisch veränderten Organismen angebaut. Sie enthalten daher weniger Rückstände dieser Substanzen. Zudem werden bei der biologischen Landwirtschaft natürliche Methoden zur Schädlingsbekämpfung und Bodenfruchtbarkeit angewandt. Dies führt zu einer höheren Nährstoffdichte und einem geringeren Risiko für den Verzehr von schädlichen Chemikalien, welche sich ebenfalls negativ auf die Epigenetik auswirken und sogar dem Mikrobiom im Darm schaden können. Indem Sie diese Tipps befolgen und eine gesunde Ernährung pflegen, können Sie die Epigenetik positiv beeinflussen und somit ihr Wohlbefinden und die Gesundheit effektiv steigern. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, wenn Ihnen das heutige Video gefallen hat. So verpassen Sie zukünftig keine hilfreichen Tipps rund um die ganzheitliche Gesundheit. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Durch und Durch gesund!